Hallo, ich bin Maja. Und hier ist das Neueste aus dem Leipziger Forschungszentrum für frühkindliche Entwicklung. Also bei den Studien geht es darum, wie Kinder sich merken, wo Dinge sind und wie sie das anstellen. Also für uns ist es ganz normal zu sagen, rechts oder links, vorne oder hinten oder oben oder unten. Und dabei gehen wir eigentlich immer von uns aus, also was links von uns oder rechts von uns oder vor uns oder hinter uns ist. Zum Beispiel in Namibia bei den Heikon-Moms ist das nicht so. Denn bei denen sagt man statt rechts oder links zum Beispiel Osten oder Westen. Und statt vorne und hinten Norden und Süden. Die Forscher hier wollen herausfinden, ob die Kinder in Deutschland und in Namibia nur unterschiedlich reden oder auch unterschiedlich denken. Über die Himmelsrichtungen und über die Seiten rechts und links. Dazu haben sie einen ganz einfachen Tanz mit den Kindern eingeübt. Und der ging so. Rechts, links, rechts, rechts. Rechts, links, rechts, rechts. Rechts, links, rechts, rechts. Rechts, links, rechts, rechts. In Deutschland haben fast alle Kinder rechts, links, rechts, rechts getanzt. Und wie haben das die Heikon-Kinder gemacht? Die haben das erstmal genauso gemacht. Rechts, links, rechts, rechts. Doch als sie sich umgedreht haben, haben viele Kinder plötzlich links, rechts, links, links gemacht. Hä? Also genau das Gegenteil. Das liegt daran, dass sie sich nicht rechts, links, rechts, rechts, sondern West, Ost, West, West gemerkt haben. Wenn sie sich dann umdrehen, machen sie immer noch West, Ost, West, West. Macht ja irgendwie Sinn, oder? Also, der Daniel steht da drüben rechts von mir. Aber wenn ich mich jetzt umdrehe, steht er plötzlich links von mir. Aber er steht ja immer noch an der selben Stelle. Warum soll das jetzt plötzlich anders heißen? Unlogisch, oder? Aber wenn ich jetzt ein Kind in Afrika wäre, steht der Daniel jetzt da drüben westlich von mir. Und wenn ich mich umdrehe, steht er immer noch westlich von mir. Das ist doch logisch, oder? Gut, ich grüße. Links, rechts, links, links. Genau. Danke. Vielen Dank.